Wir stellen Aluminium-Matrix-Verbundwerkstoffe her und haben dafür eine neuartige Technologie entwickelt, wo diese Leichtbauwerkstoffe großserientauglich hergestellt werden können. Die große Herausforderung ist, dass man sagt, alles wo bewegte Massen im Spiel sind, da soll an Gewicht eingespart werden. Deswegen gibt es unendlich viele Einsatzgebiete und das Pulver, was wir herstellen, das können Sie direkt verdrucken für den metallischen 3D-Druck und können also einzelne Bauteile drucken. Wir schmelzen Aluminium auf, führen dem Aluminium-Silizium-Karbit-Partikel, sprich Keramik, hinzu und wir kreieren dadurch einen völlig neuen Werkstoff, der nicht mehr entmischt werden kann. Die weitere Verarbeitung des Werkstoffes zu Pulver, das ist ein komplett neues Konzept. Das Pulver, was wir herstellen, das gibt es so noch nicht. Heute ist es ganz gängig, dass eine Stahlbremsscheibe im Automobil verbaut ist. Die ist sehr schwer und die rostet. Wenn Sie jetzt diesen Werkstoff austauschen würden gegen Aluminium, was deutlich leichter ist, und dann mit unserem AMC-Pulver beschichten würden, hätten Sie also eine ganze Reihe von Vorteilen. Sie hätten das Thema Korrosion im Griff, Sie hätten eine Gewichtsreduzierung um mehr als 50 Prozent und die CO2-Emission würde auch um 50 Prozent fallen. Wir haben uns eine Vision erarbeitet und haben gesagt, in zehn Jahren, sprich in 2034, fährt in jedem Fahrzeug unser Werkstoff in irgendeiner Art und Weise mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017